Hey, da bist du ja wieder. Ich freue mich sehr, dass ich dich wieder bei einem meiner Videos begrüßen darf. Heute möchte ich etwas mit dir ausprobieren, was ich noch in keinem anderen Video ausprobiert habe. Und ich hoffe, dass das ohne Kamera auch gut klappt. Denn es handelt sich bei dem, was ich mir ausgedacht habe, um Personal Attention. Das bedeutet, dass ich dir ganz meine Aufmerksamkeit schenke. Setz dir also erstmal deine Kopfhörer auf. Such dir eine bequeme Position. Und genieß einfach das, was ich dir zu sagen habe. Du darfst dabei gerne auch deine Augen schließen. Und vielleicht sogar schon etwas einschlafen. Ich hoffe, dein Tag war nicht allzu stressig. Und die Leute auf deiner Arbeit oder in deiner Schule haben dich nicht zu sehr gestresst. Ich hoffe, dein Tag war nicht zu stressig. Und die Leute, die dir heute begegnet sind, haben sich gut benommen. Denn oft liegt der Stress gar nicht an dem, was wir selbst tun oder verursachen, sondern meistens an den Leuten, die wir im Laufe des Tages begegnen. Es heißt ja sogar eigentlich, dass Montage gar nicht blöd sind. Das Blöde ist immer nur das, wo du hingehen musst. Also wenn du denkst, dass Montag blöd ist, dann ist es eigentlich die Schule oder die Arbeit, die blöd ist und nicht der Montag selbst. Ich hoffe, das hat heute nicht auf deinen Tag zugetroffen. Aber du musst auch gar nicht mehr an den Tag heute denken. Denn der ist jetzt sowieso vorbei. Jetzt bist du zu Hause. Jetzt kannst du dich entspannen. Jetzt kannst du tief durchatmen. Komm, wir atmen einmal tief zusammen durch. Einmal tief ein. Und aus. Tief ein. Und aus. Tief ein. Und aus. Merkst du es auch schon? Wie der Stress einfach von deinen Schultern fällt. Es ist doch schön, wenn man sich einfach etwas Zeit für sich nehmen kann. Ohne daran zu denken, was am Tag passiert ist. Denn dieser Moment, der jetzt gerade passiert, das, was jetzt in diesem Moment ist, das ist unabhängig von dem, was an dem Tag vorher passiert ist. Egal was war, das ist jetzt alles nicht mehr wichtig. Das Einzige, was wichtig ist, ist, dass du jetzt hier bist, in diesem Moment. In diesem Moment, in diesem Moment, jetzt bist du hier. Und jetzt kannst du dich entspannen. Und jetzt kannst du genießen. Und alles andere ist unwichtig. Es ist egal, was war. Und es ist sogar egal, was noch kommt. Nur dieser Moment, in diesem Moment, jetzt gerade, bist du hier. Jetzt, in diesem Moment, rede ich mit dir. Und jetzt, genau jetzt, in diesem Moment, merkst du, dass ich dich wirklich selbst meine. Und nicht irgendwen anders, sondern nur dich. Du bist jetzt, in diesem Moment, die wichtigste Person auf diesem Planeten. Du bist die wichtigste Person in deinem Leben. Und das Wichtigste ist, dass alles, was du tust, am Ende dir auch selbst gefällt. Dass du selbst hinter dem stehst, was du tust. Und dass du einen Grund hast für alles, was du tust. Und wenn der Grund so banal ist, dass du einfach nur Geld auf dem Konto haben möchtest, dann kann das auch schon genug sein. Denn das Geld wird dich in irgendeiner Art und Weise glücklich machen. Ob mit deiner Wohnung, ob mit neuen Gegenständen oder mit einem schönen Urlaub. Irgendwie wird sich alles gelohnt haben. Und auch wenn es oft stressig ist, was du tust. Du weißt, tief im Inneren hast du auch etwas davon. Du tust es nicht umsonst. Du tust es für einen Sinn. Und wenn es einmal schwer wird, musst du nur daran denken, dass alles, was du tust, eigentlich für dich selbst ist. Auch wenn es schwer ist und auch wenn du es oft aus den Augen verlierst, dass es eigentlich für dich ist, weil du es nicht sofort erkennen kannst, darfst du es nicht vergessen. Jedes Mal, wenn du etwas tust, was dir im ersten Moment nicht gefällt, tust du es, weil es eigentlich das Beste für dich ist. Ich weiß, dass bei dir momentan nicht alles so glatt läuft, wie du es gerne hättest, aber das bedeutet nicht, dass alles schlecht ist. Nein, im Gegenteil. Denn wenn jetzt etwas hakt oder wenn jetzt etwas stressig ist oder etwas nicht funktioniert, dann kannst du dir hinterher sicher sein, dass es sich gelohnt hat, was du erreicht hast. Dass du stolz darauf sein kannst. Du kannst jetzt sogar stolz darauf sein, weil du nicht aufgibst. Du kannst stolz darauf sein, weil du kämpfst. Und ich bin auch stolz auf dich. Ich bin stolz auf dich, weil du dich nicht unterkriegen lässt. Ich bin stolz auf dich, weil du einfach weitermachst, auch wenn es schwer ist. Ich bin stolz auf dich, weil du dir nicht anmerken lässt, wie schwer es für dich ist. Und ich bin stolz auf dich, dass du dir jetzt etwas Zeit für dich genommen hast, um zu entspannen. Denn die Entspannung am Ende vom Tag ist unglaublich wichtig für dich. Und du weißt, du machst das eigentlich viel zu selten. Doch gerade, weil es auch nicht so oft passiert, weißt du es zu schätzen. Diese Momente, in denen du fühlst, dass dieser Moment wichtig ist und nicht das, was morgen ist und nicht das, was heute war. Der Moment jetzt ist wichtig. Jetzt, in diesem Moment, bist du hier. Und du fühlst, dass du lebst und du fühlst auch, dass das Leben nicht nur Stress ist. Das Leben hat dir alles versprochen. Und das Leben wird auch alles halten. Das Schlechte leider auch, aber dafür eben auch das Gute. Du musst dir nur Zeit nehmen, das Gute zu erkennen. Wenn etwas Gutes passiert, nimmst du es wahrscheinlich genauso wie ich oft als selbstverständlich. Dabei ist das genau der Fehler. Oft sehen wir nicht das, was wir geschafft haben, sondern oft nur das, was wir noch nicht geschafft haben. Wir schauen immer noch vorne, aber nimm dir jetzt einmal Zeit und schau auf das, was du geschafft hast. Denk an die Leute, die dir den Weg schwer gemacht haben. Und denk daran, dass du es trotzdem, obwohl sie es dir so schwer gemacht haben, bis hierher geschafft hast. Du kannst stolz auf dich sein, weil du nicht aufgegeben hast. Du kannst stolz auf dich sein, weil du ihnen gezeigt hast, dass du es schaffst. Du kannst stolz auf dich sein, denn ich bin auch stolz auf dich. Ich bin stolz auf dich, weil du auf dich hart bist. Ich bin stolz auf dich, weil du nicht aufgibst. Ich bin stolz auf dich, weil du stark bist. Ich wünsche dir so viel Kraft und so viel Liebe, wie dein Herz nur aushalten kann. Ich wünsche dir so viel Glück auf Erden, dass du nicht verstehen kannst, wie dieses ganze Glück in dein Leben passt. Wie du nur so glücklich werden konntest, dass du dich fragst, ob irgendetwas falsch gelaufen ist, dass du so glücklich bist. Ich möchte und ich wünsche dir so glücklich bist, dass du dein Glück gar nicht begreifen kannst. Und ich wünsche dir, dass dieses Glück sehr lange anhält und dir Kraft gibt und dich belohnt für dein Durchhaltevermögen. Denn noch etwas Durchhaltevermögen wirst du brauchen, aber es wird sich lohnen. Denn all das, was ich dir gewünscht habe, wird eintreten. Du wirst der glücklichste Mensch auf diesem Planeten werden, das verspreche ich dir. Denn du weißt, wie stark du bist, auch wenn du es dir nicht angestehen möchtest. Und jetzt schlaf gut. Und ich wünsche dir wunderschöne Träume. In der Zeit, wo du neue Kraft sammelst für den Kampf morgen. Aber denk noch nicht an morgen, sondern denk nur daran, was jetzt passiert. Denk an das Jetzt. Denk an diesen Moment. Jetzt in diesem Moment. Ist es wichtig, dass du merkst, dass du lebst. Und egal, was war und egal, was noch passieren wird, dieser Moment existiert wirklich. Jetzt, gerade in diesem Moment, in dem ich mit dir rede, ist es sicher. Es ist ein unumstößlicher Fakt, dass du existierst und dass du lebst. Und dass du mir zuhörst und merkst, dass ich recht habe. Du kannst stolz auf dich sein. Du kannst wirklich stolz auf dich sein. Ich bin schon stolz auf dich. Und irgendwann wirst du erkennen, dass ich recht hatte. Ich wünsche dir eine wunderschöne gute Nacht. Ich wünsche dir noch einen entspannten Abend. Eine entspannte Nacht. Und morgen früh einen entspannten Tag. Gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht. Gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht. Gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht. Gute Nacht, gute Nacht.